Ich habe gestern die Frauen Gold bei Prime Video geguckt und da geht es um ein Bild von Adile Bloch Bauer, das von Klimt gemalt ist und das wollte ich gerne mal nachmalen. Deswegen habe ich mich hingesetzt und erstmal mit einem Bleistift ein bisschen vorskitziert und dann habe ich direkt erstmal das Gesicht schon gemalt. Übrigens das erstmal mit Öl, das war ein bisschen schwierig. Und dann habe ich direkt diese ganzen Formen, die auch in dem Bild von Klimt sind, gemalt. Und dann habe ich angefangen mit Farbe, mich da auszutoben, erstmal mit den paar farbigen Highlights. Und dann ging es direkt ans Gold und dann habe ich mich da richtig ausgelassen. Und ja, ich finde Gold ist einfach Ehre. Und dann habe ich halt auch noch Blattgold genommen und das in Hintergrund gemacht und auch ein paar Highlights gesetzt noch ins Bild. Und das sah echt extrem nice aus. Dann habe ich noch die Haare gemalt und dieses Halsband. Ja, und das ist das Endergebnis. Ich finde, mir ist das ziemlich gut gelungen. Ich bin ziemlich stolz drauf und wie man sieht, das ist nicht Adile Bloch Bauer in dem Bild, sondern das bin ich. Das ist nämlich ein Selbstporträt. Danke und tschüss.